Jo Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin gerade auf Kid PvP, weil Soros down ist und ja, ich wollte jetzt einfach mal eine Lava Challenge machen, ein bisschen dabei reden, solange wie die Lava Challenge halt auch geht, die geht eigentlich schnell, aber ja, ich wollte als erstes halt auf FaZe und Server da Practice spielen, weil Soros halt down und deswegen bin ich jetzt hier, mache ich dann einfach eine Lava Challenge und ja, fangen wir einfach an, bevor ihr meine Refill sailt, bitte nicht flamen, ich bin halt absolut scheiße geworden, ich kann mit dieser Maus gar nichts machen, wirklich, ich fühle mich so hilflos mit dieser Maus, ich glaube ihr merkt es schon und ja, dann möchte ich mich schon entschuldigen, dass keine Streams kamen oder wenig, aber ich hatte wirklich keinen Bock, weil ich bin halt jeden Tag in Sitzung aufgestanden und das ist halt, wer das kennt, dass dann fühlt man sich einfach richtig scheiße und ich wollte dann halt einfach nicht streamen, weil mir einfach nicht Lust war, weil es abends war schon und keine Ahnung, ich hatte echt keinen Bock so, tut mir echt leid, deswegen, aber ja, konnte ich halt auch nicht mehr machen und ja, ich wollte hier noch einen zweiten Kanal ein Video bringen, weil ich halt, wie heißt, noch auf den Main was bringen möchte und bevor ich das mache, möchte ich dann halt noch hier was bringen, weil der Kanal hier ist auch langsam absolut tot, genau wie mein Main-Kanal, aber was soll man machen? Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott, Alter, Jungs, tschüss.